Hallihallo liebe Leute und willkommen bei Soundfalls Spielevideos. Wir zocken im Moment Emergency 2012. Und ich habe eben mal schon einen Anlauf hier mit Athen brennt versucht und bin massiv gescheitert. Die Mission ist mal richtig, richtig schwer. Aber okay, ist ja auch die letzte in der Kampagne und von daher soll und darf sie das wahrscheinlich auch sein. Jetzt ist sie allerdings so schwer, dass ich ehrlich sagen muss, zumindest jetzt gerade, heute im Moment, habe ich nicht wirklich Bock, die nochmal anzugehen, weil die ist richtig Arbeit. Ich werde sie mit Sicherheit mal noch machen, aber nicht jetzt. Wir haben ja noch anderes zur Auswahl. Zum Beispiel hier die Deluxe-Einsätze, die irgendwann mal dazugekommen sind. Schauen wir doch mal, was es damit auf sich hat. Explosion in einer Chemiefabrik. Autsch. In der Sahara wird ein riesiges Hightech-Solarkraftwerk gebaut. Wenn es in Betrieb geht, wird seine Energie sämtliche Kohlekraftwerke auf der Welt überflüssig machen. Allerdings verzögert sich der Bau wegen eines Unfalls bei einer Zulieferfirma. Auf dem Fertigungs- und Forschungsgelände der Firma hat ein durch Trockenheit entstandener Waldbrand einen schweren Unfall verursacht. Löschen Sie alle Brände, retten Sie alle Verletzten und durch die Brände löschen, Verletzte retten und so weiter. Das kriege ich jetzt auch noch so hin, das musst du mir nicht erzählen. Das Story-Häppchen, was er mir da gegeben hat, war allerdings in der Tat ganz interessant. Solarkraftwerk in der Sahara. Planen die da nicht sogar irgendwas? Und so einen riesen Dingsbums zu bauen? Und irgendwelche Leitungen nach Spanien und so zu legen? Ich meine, schon unterwegs. Da ist eine Arbeit, tatsächlich. Würde mich auch, ehrlich gesagt, nicht wundern, weil die Regency-Macher haben ja sich eigentlich bislang häufig von irgendwelchen realen Ereignissen, sagen wir mal, äh, inspirieren lassen. So, wo schicken wir den denn hin? Bin unterwegs. Okay, nein, das brennt nicht. Das sind nur die normalen Abgasfackeln von dem Chemiezeug anscheinend. Ähm, ja, fahr auch erstmal einfach dahin. Hauptsache du machst was. Und, oh, Löschpanzer. Löschpanzer sind super. Die können wir dann mal direkt da mitten ins Geschehen schicken. Und Nummer drei, hm, die ganzen Bäume brennen natürlich auch. Okay. Äh, und da brennt noch was immer dahin. So. Sie müssen aus jedem Labor wichtige Entwicklungsdaten herunterladen und in Sicherheit bringen. Okay. Sie sollten einen Ingenieur in alle drei Laborgebäude schicken. Er kann dort die Computer-Terminals bedienen. Mhm. Was sind denn die Laborgebäude? Ah, Löschflugzeug. Löschflugzeug ist super. Ähm, ich kenne mich mal um das Feuergesocks da. So. Auf dem Weg. Wird gemacht. Ingenieur. Ja, dann geh doch mal da in das Gebäude mit rein. Das klingt nach einem Gutplan. So. Das Löschflugzeug was gebracht. Ja, zum Teil. Okay. Höre. So, Atemschutzmaske. Nein. Nichts. Höre. Bin unterwegs. Wird gemacht. Höre. So, hier. Ich sag jetzt erst einmal, dass du die da hinten rauskriegst. Wird gemacht. Los geht's. Du kannst auf dem Weg schon mal dahin gehen. So, Ingenieur. Da, Computerding. Geh mal dahin. Mach mal. Mach mal dein Ding. Ja, wird ausgeführt. Feuerwehrmänner mit ABC-Schutzanzügen können die Opfer gefahrlos in die Fahrzeuge bringen. Sie sollten die Bäume in der Nähe der Umzäunung fällen, um so eine Brandschneise zu schlagen. Setzen Sie Feuerwehrmänner mit Motorsägen ein. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Wie komm ich denn da raus? Wie komm ich denn da raus? Dum, 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 dum. Gar nicht. Würde ich jetzt einfach mal fast vermuten, oder? Keine Ahnung. Äh, Wettungsgesorgen. Im chemisch kontaminierten Bereich befinden sich noch verletzte Personen. Sie sollten sie mit dem Bergungshelikopter da rausholen. Okay, okay, Bergungshelikopter. Da war doch noch dieser eine, der hier in der Lappis zu fahren lag. Ja, ich war da. Genau. Was gibt's? Ich habe verstanden. Hier haben wir ja einen nicht verseuchten Bereich. Verstanden. Vorsicht, eine Einsatzkraft wurde chemisch kontaminiert. Nur Feuerwehrmänner mit ABC-Schutzanzügen sind im vergifteten Bereich nicht gefährdet. Okay, okay, okay. Dann lauf mal nach. Auf dem Weg. Ausführung beginnt. Ja. Bin unterwegs. Alles klar. Basti, bin unterwegs. Das ist keine gute Idee. Zu Befehl. Okay. Bin unterwegs. Lauf mal hier rüber. Ja. Jawohl. Wird aufgehen durch. So, eingestiegen. Basti, bin unterwegs. Achtung, ein Labor im Zentrum des Industriegeländes brennt. Sie müssen es löschen, ehe es zerstört wird. Sonst verlieren Sie die Entwicklungsdase, die Sie herunterladen müssen. Das ist erledigt. Äh, wo denn? Oh, oh, oh. Ah, da, da ist da. Ja, ich bin schon unterwegs. Äh. Äh, okay, 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 okay. Hat ich nicht hier ein Panzer hingeschickt irgendwo? Was gibt's? Schon unterwegs. Das brennt. Okay. Ja, wird ausgeführt. Auf dem Weg. Höre. Ist in Arbeit. Bin unterwegs. Schon unterwegs. So. Was gibt im Weg? Wird gemacht. Auf dem Weg. Ja. Du warst ein ganz normaler Feuerwehrmann. Dann gehen wir nach hier hinten. Was gibt's? Bin unterwegs. Du bist ein ABC-Feuerwehrmann. Schon unterwegs. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wen ich hier noch retten muss. Ja. Schon unterwegs. Auf dem Weg. So. Wir haben ausgeführt. Auf dem Weg. So, hinüber. Ja. Bin unterwegs. Ja. Falscher Feuerwehrmann. Kann hier nur von einem ABC-Feuerwehrmann mit in das Dekontaminat. Jetzt. Bin unterwegs. Bei Dekontaminations-Dingstumms gelegt werden. Aus welchen Obst gut und drinnen auch immer. So. Ist hier hinten noch jemand verletzt? Äh, ja. Höre. Ja. Aber... Jawohl. ...komme ich so nicht so einfach dran. Okay. Was geht's? Wird ausgeführt. Alles klar. So. Ja, unterstanden. Hier, das Feuer breitet sich leider Gottes immer weiter aus. Das ist nicht gut. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Dann versuchen wir das da mal etwas einzudämmen. Wo ist mein Lösch-Mutzeug? Das geht ausgeführt. Äh, zack. Jawohl. Geh mal, geh mal da. Dinge tun. Ja? Guck mal, gute Idee. Auf dem Weg. So. Dann machen wir jetzt noch den hier. Ja? Hief in Arbeit. Es ist ja schön, dass du den versorgen willst. Hief in Arbeit. Aber der muss leider erst mal da hinten rausgehen. So. Ingenieur. Ingenieur. Was gibt's? Ingenieur. Wo musst du hier hin? Da. Kein Problem. Okay. Ja. So. Rettungshelikopter. Rettungshelikopter. Warten wir mal den letzten von da. Die Giftfolge breitet sich einfach mal weiter aus. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Ja. So. Der wird versorgt. Geschafft. Sie haben alle Entwicklungsdaten heruntergeladen. Das ist sehr schön. Dann können wir den Ingenieur hier mal... ...wird umgehend durchgeführt. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Wieder in Sicherheit bringen. Höre. Wird umgehend durchgeführt. So. Helikopter. 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 Da. Ja. Los geht's. Schon unterwegs. Sie sollten Feuerwehrmänner mit Feuerlöschern ausrüsten und sie in die brennenden Labor schicken, um dort zu löschen. Ne. Nö. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ja. Was er allerdings versuchen sollte, ist, das Feuer irgendwie einzugrenzen. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Was hier nicht zu krass weiter verbreitet... Wird umgehend durchgeführt. Was hier allerdings auch schon kräftig misslingt. Was gibt? Wird ausgeführt. So, versuchen wir da mal in den Waldbrand einigermaßen in den Griff zu kriegen. Höre! Wird umgehend durchgeführt. Bin unterwegs. So. Ja, wird gemacht. Dem geht's so weit gut. Dann schaffen wir den doch auch schon mal weg. Können wir sich einen Schlauch holen. Sie haben alle vergifteten Personen versorgt. Sehr gut. Hätten wir das schon mal. So, Ingenieur ist in seinem Autochin. Dann bringe ich mal in Sicherheit Ingenieur. Okay. Irgendwas sieht hier faul aus. Das Löschflugzeug hat wassergeladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Ja. So, 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 so. Höre! Helikopter, keine Ahnung. Dann gehen wir mal außen weg. Over and out. Höre! So, da die Dinger ja hier nicht besonders feuerfest sind, wie wir schon in irgendeiner der vorigen Missionen auf dem Weg gelernt haben, bringe ich sie mal in Sicherheit. Bin unterwegs. So. Was kommt das Feuer hier? Was brennt? Das brennt. Höre! Verstanden! Dann brennen da diese Leitungen, was mich höchst beunruhigt. Alle brennen löschen. Alle brennen löschen ist auf jeden Fall ein Job. Okay. So. Wo stelle ich denn das am sinnvollsten an? Was gibt's? Habe verstanden. Schnappt ihr euch? Ja. Nein, keine Schirr. Schläuche. Schläuche bitte. Auf dem Weg. Habt ihr? Höre! Ja. Haben sie? Okay. Wen unterwegs? Geht mal da hin. Keine Ahnung. Höre! Wird umgehend durchgeführt. Hm. Aber im Moment sorge ich eigentlich hauptsächlich dafür, dass das... Oder versuche ich zumindest, dass das Feuer sich nicht weiter ausbreitet. Höre! Wird umgehend durchgeführt. Höre! So richtig bekämpfen... Ist irgendwie nicht drin. Verstanden. Was gibt's? Kühlt, kühlt einfach mal da. Vielleicht bringt's irgendwas. Ich weiß es nicht. So... Löschflugzeug. Können wir das Löschflugzeug... Schon unterwegs. Da hinschicken. Anscheinend... Können wir das... Mal sehen, ob das auch irgendwas bringt. Äh... Allzu viel, hab ich den Eindruck. Höre! Auf dem Weg! Was gibt's? Der Feuerwehrmann kommt um den Schlauch nicht nahe genug an das Zielobjekt ran. Ja, 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 ja. Äh, wo sind meine Krankenwagen eigentlich? Ja. Hier unten angekommen. Auf dem Weg! Okay. Was gibt's? Höre! Wird umgehend durchgeführt. Höre! Schon unterwegs. Mh... Hm. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Ja. Bin unterwegs. Was gibt's? Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist einsatzbereit. Dann versuchen wir das doch nochmal hier hinzuschicken. Wer weiß, vielleicht... Vielleicht bringt's ja doch irgendwas. Ja, habe verstanden. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass die fertig versorgt sind, ne? Jawohl. Auf dem Weg. Ja. Wird gemacht. Bin unterwegs. Was gibt's? Gibt man in den zweiten... Geht man in den ersten. Verstanden? Könntest du natürlich auch nochmal in den Schlauch holen gehen? Ja. Verstanden? Achtung! Die Brände auf dem Industriegelände weiten sich aus. Sie sollten brandgefährdete Objekte kühlen, um die Brände unter Kontrolle zu bekommen. Ja, das, äh... Das versuche ich ja zumindest zum Teil. Allerdings nicht besonders gut zu gelingen. Oh, das hier hat schon übergeschlagen. Ja. Ja. Gut gemacht. Verstanden. Sie haben alle verletzten Opfer versorgt und abtransportiert. Ja. Schon unterwegs. Ja, wenigstens etwas. Bin unterwegs. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Verstanden. Was gibt's? Schon unterwegs. Schon unterwegs. Wenigstens etwas. Löschflugzeug. Löschflugzeug. Schon unterwegs. Das Ding jetzt einfach so lange da drauf, bis es irgendwas bringt. So. Der hat einen Schlauch. Verstanden. Geh doch mal da hin mit deinem Schlauch. Ja. Das könnte was gebracht haben. Verstanden. Geh doch mal da noch das letzte... Sträuchlein, was da brennt. Und dann haben wir das auch. Was macht der Waldbrand hier? Ja. Der Wald ist abgefackelt. Egal. Ja. Verstanden. Wow. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Ja. Schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Hä? Die Rohre sollten nicht brennen. Wenn die Rohre brennen, ist das böse. Löschflugzeug hat Wasser. Dann... Komm doch nochmal wieder her. Löschflugzeug... Und... Lösch... Mal... Ich... Ich versuch das weiter hier mit der Ecke, glaub ich. Jawoll. Das mal hier irgendwie ansatzweise in den Griff zu kriegen. Was gibt's? So, da ist... Bin unterwegs. Wenn ich den hier um die Ecke schicke. Habe verstanden. Müsste ich den hier eigentlich halbwegs gefahrlos aussteigen lassen? Verstanden. Jetzt kann da löschen. Schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Ja. Wird umgehend durchgeführt. So... Rohre... werden gelöscht, wie's aussieht. Okay. Sehr schön. Wird umgehend durchgeführt. Du fass uns mal da dein Glück. So... Was macht die Front hier? Wird umgehend durchgeführt. Ja, die löschen vielleicht, aber... Das Löschflugzeug hat wassergeladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Hm. Ja. Da ist ja noch einer mit Schlauch. Auf dem Weg. Höre. Interessant. Ähm... Höre. Da ist noch ein ABC-Land ohne Schlauch. Dann gehst dir aber mal sofort einen Schlauch holen, Kollege. Ja. So... So... Versuchen da zu löschen. Höre. Bin unterwegs. Die Röwe... Verstand. Um die Röwe aufzuholen. So... ABC-Mann. 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 Tja... Wo krieg ich den denn mal hin? Verstanden. Schon unterwegs. Ja, hier irgendwo. Das scheint mir sinnvoll. So... Was gibt's? Den hier... Kann ich den bis nach hier schicken? Schon unterwegs. Müsste eigentlich klappen, wenn ich da zum Löschbefehlige... Löschbefehlige... Dass der sich nicht sofort verseucht. Äh... Löschflugzeug. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nahe genug an das Zielobjekt ran. Ja, da ist er da. Feuer... Ja, da ist er da. Ja, da ist er schon... Ja, schon unterwegs. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Höre! Die Einsatzkraft kann das brennende Haus nicht betreten. Das kann nur ein Feuerwehrmann mit Atemschutzmaske... Das kann nur ein Feuerwehrmann mit Atemschutzmaske... Ja, dann lass es doch halt sein, Kollege. Wenn du mir das jetzt nochmal sagst... Die Einsatzkraft kann das brennende Haus nicht betreten. Das kann nur ein Feuerwehrmann mit Atemschutzmaske... Äh... Wer denn? Wo denn? Die Einsatzkraft kann das brennende Haus nicht betreten. Das kann nur ein Feuerwehrmann mit Atemschutzmaske... Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Das ist ja schön. Dann löff doch mal. Ja, ich muss es hier hinten versuchen, es irgendwie in den Griff zu bringen. Jawoll. Ja, schon unterwegs. Ja. Verstanden. Achtung. Verstanden. Es gibt neue Vergiftungsopfer im Einsatzgebiet. Wer hat euch denn gesagt, dass ihr aussteigen sollt, ihr dämlichen Idioten? Äh. Ja, dann seht mal zu, wie ihr da hinkommt. Und, äh, oh. Oh. Jetzt habe ich anscheinend mit dem Flugzeug mein Löschpanzer kaputt gemacht. Deshalb sind die ausgestiegen. Ja, das ist natürlich, äh... Mist. Jetzt könnte ich langsam ein Problem kriegen. Gut, der Quatsch brennt halt einfach irgendwann aus. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Verstanden. Äh. Jetzt würde ich mal versuchen, dass ich das vorher hier möglichst nicht... nicht noch mehr ausgereitet. Aber wie? Keine Ahnung. Schon unterwegs. Das Löschflugzeug. Und dafür scheint das hier jetzt so langsam gelöscht zu sein. Das sieht doch einigermaßen gut aus. Ja? Verstanden. Geht mal mit da drüben helfen. Du bist doch mit ABC. Ja. Und da ist es dann auch aus, wie es aussieht. Verstanden. Ne? Hätte ich den ja gar nicht verkricken müssen. So. Feuerwehr Auto. Schon unterwegs. Verfall nach hinten. Nummer 1 jedenfalls. Höre. Nummer 2. Schon unterwegs. Also grob in die Gegend hier. Flugzeug. Noch nicht wieder bereit. Höre. Wer unterwegs. Feuerwehr 1. Feuerwehr 2. So. Würde ich dann auch mal entgiften. Ja. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Ja. Wird gemacht. Das ist sehr schön. Jawoll. Dann versuchen wir doch mal. Hier hinten den Wald zu löchen. Höre. Wird gemacht. Sie haben alle vergifteten Personen versorgt. Sehr gut. Gut verstanden. Höre. Schon unterwegs. Möxlich hohn, mich zu vergiften. Mal sehen, ob das gelingt. Ja, gut. Okay, aus. So, jetzt mal da mit drauf. Röhre. Ausführung beginnt. Ja, wird umgehend durchgeführt. Ja. Bin unterwegs. Mal sehen, dass das Löschflugzeug was gebracht hat. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Ja, in Ordnung. Hat es, wenn auch nicht vollständig, geh mal da hin. So. Ja, wird unterwegs. So, halbwegs. Das ist schön. Wenn ich mich auch nicht viel näher ran schicken kann und soll. So, das hat zumindest ein Großteil von den Panther draußen nochmal wieder gelöscht. Das ist gut. Was geht's? Wird umgehend durchgeführt. Ich versuche mal, das unter Handball mitzubringen. Was gibt's? Verstanden. So. Flieger, Flieger ist unterwegs. Gut. Schon unterwegs. Höre. Verstanden. Geh mal Schlauch holen. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Was will gemacht? Das ist sehr schön. Dann fliegt er nach dort. Also, umso viel von dem Feuer da draußen. Um die Vöckerkontrolle zu behalten, wie möglich. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Wird umgehend durchgeführt. Das war sehr erfolgreich. Das war sehr erfolgreich. So, hier brennt nix mehr. Okay. Außer diesen Gebäuden anscheinend. Weil ich mir nicht sicher bin, wird umgehend durchgeführt. Dann müsste ich da eventuell mal einen mit einem Feuerlöscher reinstecken. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Versuchen wir das mal. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Gut. Ja. Dann fliegt man da hin, das Flugzeug. Mal sehen. So. Ist hier mein ABC mal hingelaufen. Da. Bin unterwegs. Geht doch mal mit deinem Feuerlöscher da rein. Flugzeug. Doch. Das scheint was bewirkt zu haben. Das ist super. Das Feuer wird langsam auch unter Kontrolle gebracht. Das ist schön. Ja. Hier brennt man wieder die blöde Leitung. Was gibt's? Verstanden. Ja. Gibt es da noch Hydranten, die die benutzen könnten? Da ist noch einer, ja. Okay. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und wird ausgeführt. Versuchen wir das Löschflugzeug doch mal mal da rein zu schicken. Oh, das sieht ja tatsächlich so aus, als könnte ich hier was schaffen. Ja. Ja. Verstanden. So, man sieht, ob das mit dem Feuerlöscher besser klappt. Er macht auf jeden Fall was. Was genau, kann ich jetzt mal jetzt nicht so sagen, ob das was bringt, aber... Das Löschflugzeug hat Wasser geladen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Was geht's? Das ist gelöscht. Das ist feste. Was geht's? Dann können wir nämlich alles mal was Wasser spät und dann hier rüberziehen. Und dann sollte das ja gleich hier auch mal unter Kontrolle sein. Auf dem Weg. Ja, vielleicht ist es tatsächlich der Trick, da jemanden mal einen Feuerlöscher reinzuschicken. Ja. Wird gemacht. Versuchen wir das Loch noch ein zweites Mal. Auf dem Weg. Ja. Dann griffst du die Arbeit. Das ist da einfach nur von draußen Wasser drauf zu werfen, schlicht nicht die Lösung ist. Äh, ja. Höre. Oh, du hast doch nur... Gehst du in Arbeit. Nur Handschuhe. Ja, das ist nicht so viel. Wir sind umgehend durchgeführt. Ja. Was machst du? Ja. Wird gemacht. Hm. Was gibt's? Wird ausgeführt. Ja, guck, dass das mit dem Feuerlöscher scheint eine gute Idee zu sein muss. Höre. Hätte ich mal früher drauf kommen können. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Jetzt schicken wir da mal noch ein Zwurken hin. Dann scheinen wir die jetzt auch unter Kontrolle zu kriegen. Sauber. Jawohl. Das ist aus. Dann geht mal da rüber. Äh. Nein. Ich glaube, das ist jetzt nicht so effektiv, was er da treibt. Und versuch das doch lieber nochmal außenrum. Oh Mann. Wegfindung und so. Feuer gelöscht. Feuer gelöscht. Oder fast. Ja. Und hinten ist nur Feuer. Wird umgehend durchgeführt. Aber dann war das jetzt tatsächlich der Trick hier. Die Feuerwehr. Äh. Leute. Oder Feuer. Feuerlöscher. Im Weg. rüber zubringen. Ja. Verstanden. Ja. Ja. Die machen Dinge. Und ich glaube, ich bin sogar noch einigermaßen in der Zeit hier für die Mission, oder? In 20 Minuten. Ja. Mal sehen, was die Auswertung gleich sagt. Ähm. Und da jetzt nichts dringendes mehr ansteht. Zeitverschleunigung. Das sollte... Oh. Moment. Hier. Hier läuft noch irgendwas schief. Wo brennt's denn da? Keine Ahnung. Geh mal da rum. Geh mal da rum. Okay. Das ist aus. Dann röcht mir mal da... Die Kaffee küsschen. Oder was auch immer das ist. Okay. Ja. Labor ist ausgebrannt. Aber... Mein Gott. Daten sind gerettet. So. Ah. Irgendwas brennt angeblicherweise noch. Hier draußen irgendwo so ein Bäumchen oder so. Klappen wir das mal zu. Nö. Hier ist alles aus. Nanu. Hier hinten. Turm qualmt verdächtig. Aber ich glaube, das ist... Das liegt in der Natur von diesem Turm, dass der qualmt. Das... Das, äh... Höre. Scheint auch normal zu sein. Auf dem Weg. Hm. Fahr mal da hin. Löschfahrzeug. Keine Ahnung. Was gibt's? Äh. Bin unterwegs. Versuch mal da dein Glück. Nö. Auch kein Feuer. Ja. Bin unterwegs. Fahr mal da rein. Wo brennt's denn? Hier ist doch alles gelöscht. Hey. Spiel. Hm. Ein Fluss. Ein Stadt. Joa. Hier in dem Wald. Nö. Alles... Alles, alles friedlich. Höre. Alles klar. Da wird mir auch immer das Kühlen-Symbol gegeben. Äh. Ich versuch's trotzdem mal. So was auch immer der Panzer da jetzt macht. Okay. Er nimmt den kompliziertes möglichen Weg dahin. Meinetwegen. Geh mal da rein. Wo brennt's denn? Da. John unterwegs. Keine Ahnung. Hm. Hervorragend. Ah. Sie haben alle Brände gelöscht. Weiter so. Joa. Anscheinend. Was auch immer da jetzt noch der Fehler war. Äh. Ob das Spiel einfach nur so lange gebraucht hat, um zu checken, dass tatsächlich nix mehr brennt. Oder ob's jetzt noch irgendein kleines Bäumchen war, das ausgebrannt ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Trotz einiger Schwierigkeiten haben sie die Situation noch in den Griff bekommen. Schauen Sie sich die Auswertung genau an. Stellen Sie fest, in welchen Bereichen Sie sich noch verbessern könnten. Hm. Hm. Ich hab angeblich viel zu lange gebraucht. Okay. Das kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen. Bei dem ganzen krassen Feuerkram, der hier abging. Hm. Na gut. Wahrscheinlich kann man seine Einheiten noch irgendwie so ein bisschen strategisch günstiger verteilen und das ein bisschen schneller hinkriegen. Aber. Wow. Null Punkte für Zeit. Echt krass. Ja gut. Und verhinderte Sachschäden. Dass man sich ein bisschen schneller um die Labors kümmert und da direkt mal jemanden mit dem Feuerlöscher reinschickt. Gut. Ja. Das hätte noch besser geklappt. Weil sie beim letzten Einsatz gute Leistungen gezeigt hat. Immerhin. Bronze haben wir erreicht. Ist doch super. Und dann schauen wir noch mal. Was ist denn hier die nächste Deluxe Mission? Brennender Ölteppich. Hm. Klingt auch spannend. Aber den gibt's definitiv erst beim nächsten Mal. Oder vielleicht gibt's dann auch Athen. Ich weiß es nicht. Eins von beiden kommt auf jeden Fall. Dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Oder auch nicht. Ganz wie ihr wollt. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie üblich fürs Zuschauen, Abonnieren, Liken, Teilen und so weiter. Sage Tschüss und auf Wiedersehen beim nächsten Mal. Euer Zahnpfahl. Geist.